Wir sind hier hinter der Bühne und wir haben keinen geringeren vor dem Mikrofon als Olaf Henning. Er jetzt letzte Woche mit der neuen Single-Eröffnung Ibo Featuring Olaf Henning. Olaf, wie bist du dazu gekommen? Ja, erstmal war das ja eine Album, Release Party, ich hab ja keine Single raus. Entschuldigung, Album, genau, genau, hast ja recht. Ja, du, ich hab einfach zu meinem 15-jährigen Bühnenjubiläum und zu Ibo seinem 30-jährigen Bühnenjubiläum gedacht, da machen wir was Besonderes, alter Freund von mir gewesen und ich wollte einfach etwas Besonderes machen und ich wollte einfach mal wieder der Erste sein, wenn man Duette mit einem Toten aufnimmt, mit einem Menschen, der nicht mehr unter uns weilt und ich glaube, da ist mir ein ganz, ganz tolles Produkt gelungen. Definitiv, also die Lieder laufen bei uns im Radio hoch und runter schon von dir. Es ist einfach nur eine tolle Idee. Du hast gerade gesagt, du warst Ibo sehr nah, also du warst ein Freund von ihm. Wer kam denn überhaupt auf die Idee, sowas zu machen? Ja, ich kam mit meinem Produzententeam und mit meinem Manager auf die Idee vor zwei Jahren und wir haben dann mit Walter Gerke telefoniert, haben ihm die Sache auch vorgestellt. Dann haben wir natürlich erstmal das Okay der Diana geholt, was natürlich auch wichtig ist. Und dann hat es uns das so seinen Weg gebahnt. Wir hatten viel Arbeit, die Originalspuren zu finden und das musste natürlich auch alles erstmal von allen Seiten abgesegnet sein, weil es ja ein emotionales Thema ist. Also mal eben machen war nicht möglich, sondern man sollte schon ein Okay holen, weil das ist ja schon ein emotionales Produkt geworden in dem Moment. Und total durchdacht, nach dem Todestag, zwei Tage später, hast du die CD eröffnet, im Klimperkasten. Also das war von A bis Z war es schon durchdacht. Und jetzt bist du heute hier in Herne bei dem Benefizkonzert und alle warten gerade auf dich. Im Moment auf der Bühne Sandy Wagner. Es wird immer voller. Aber du wirst die Bühne gleich rocken. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Wie bist du dazu gekommen, hier heute aufzutreten? Ich meine, das ist ja jetzt keine normale Geschichte. Du kriegst hier kein Geld für. Du kommst eigentlich umsonst. Die Witze ist mir eine Witze. Da darf man nichts verlangen. Aber was war der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, okay, hier bin ich richtig, hier trete ich auf? Kann ich dir genau sagen. Ich war schon mal hier letztes Jahr. Hab hier gesungen. Und der Klaus, der Moderator, der Zoch, den kenne ich jetzt schon seit 20 Jahren. Und der hat mich dann auch angerufen oder das Management angerufen und sagte, ey Olaf, meinst du, du könntest hier? Ich sag, du, ich sag, wenn was ist, ich sag, ich komm schon vorbei. Ich sag, wenn sich das irgendwie reindrücken lässt in den Tag, dann haben wir natürlich direkt zugesagt. Ja, Klaus Zoch oder Peter van Eyck, wie er hier heute genannt wird. Klaus Peter van Eyck, genau. Redet von dir in den höchsten Tönen. Er sagte damals, vor 25 Jahren, genauso wie du auch, bist du bei ihm in der Schlager-Newcomer-Geschichte aufgetreten. Und dadurch kommt, ist der Kontakt entstanden. Und es ist über die Jahre hinweg eine Freundschaft entstanden. Ist es eigentlich in diesem Schlager-Geschäft hart oder überhaupt einfach, richtig gute Freunde zu finden? Ja, ich sage ja, gute Freunde. Gute Freunde gibt es ja nicht viel im Leben. Aber ich sage immer, gute Kumpels, gibt es mehrere. Und wenn ich so überlege, ich bin zum Beispiel gut befreundet mit kölschen Musikern, die in der kölschen Szene bekannt sind. Und bin gut befreundet mit Sandy Wagner, weil ich habe sogar bei Sandy Wagner damals schon in einer Talentshow gesungen, da wusste ich noch gar nicht, dass ich Schlager mache. Also von daher, dass man dann den richtigen Weg eingeschlagen ist, ist natürlich lustig. Aber gute Freundschaften pflege ich eigentlich dann doch mit Menschen, die mit der Branche nichts zu tun haben. Oh, okay. Das wundere ich jetzt aber. Olaf, die letzte Frage. In der Presse wurdest du mit Michael Wendler verglichen. Was ist los in der Popschlager-Szene? Du wurdest in den Himmel gelobt und er wurde mal eben so ein bisschen denunziert. Was sagst du dazu? Ja, alles richtig gemacht. Ja, ich glaube, damit ist alles gesagt, mein Lieber. Ich danke dir für das Interview. Gerne, gerne. Tschüss. Tschüss.